Ich glaube, ich mache das Lied weg, weil es einfach nicht passt. Passt besser. Zwar nicht perfekt, aber besser. No, was ist denn das für eine Kohle-Ader? Ist ja abartig. So eine Kohle-Ader könnte ich in Anno gebrauchen. Haha. Seitenhieb zu meinen anderen Let's Plays. Ich bin ein Hund. Und so ein Blader, weil ich einen Schwanz vorn habe. Aha. Mal so einen bayerischen Kalauer rausgehauen. Muss ja auch ab und zu mal sein. So. Äh, huch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wohin. So. Äh. Ich werde hier zum Zombie. Ich kenne mich nicht mehr aus. Hier wäre noch ein Gang. Den gehen wir auch gleich. So. Aber erst, wenn ich hier mal meinen steinigen Weg beendet habe. So. 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 Oh. Enttäuschend. Ich dachte, hier geht es jetzt kilometerweise weise in die Tiefe. In Gefilde, wo Diamanten nicht mehr ganz so selten sind. Aber nö. Da habe ich mich wohl geirrt. So. Hier will ich nicht rüber. Ich will auch nicht schon wieder runter. Hier habe ich noch Kohle. Aber da wird es auch wieder nach unten gehen. Nein. So. Jetzt wäre es mir recht, wenn ich wieder zurückfinden würde. Ach so. Hier war ich noch nicht durch. Oder hier geht es auch nicht durch. Zumindest auf die nächsten paar Meterchen nicht. Äh. Huch. Darf ich raten? Hier ist was dahinter. Ne. Ich schaufel hier nicht schon wieder eine Menge Graviel weg. Äh. Schwert. Hilfe. Ich will hier raus. Ich finde hier nie raus. Zumindest nicht auf normalem Wege. Ah. So viele verwirrende Gänge. Das macht mir Angst. Hier bin ich doch hergekommen, oder? Die. Ne. Ne. So. Jump and run. Also run. Junge. So. Lieber mal mit Vorsicht hier. Nö. Ich kenne mich nicht mehr aus. So. Hier habe ich was aus dem Brunnen rausgeholt. Hier aus der Wand. Hier aus der Kiste. So. Ich bin so verplant. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Die Musik animiert fast so stark, dass man läuft. Hier bin ich doch nicht hergekommen, oder? Hier ist der Dungeon. Hier ist ein Dungeon. Ein hell erleuchteter Dungeon. So. Ah. Okay. Ich bin schon mal wieder oben. Den Sattel will ich nicht. Äh. Wie oft gucke ich eigentlich jetzt noch? Noch dem scheiß Sattel. So. Hier muss ich lang, oder? Oder? Ich will hier raus. Hilfe. Raus. Aber es sieht gut aus. Ah. Hier wollte ich ja auch noch mal runter. Einfach nur so mal die Lage abchecken. Machen wir so eben mal. So. Schwer gezückt. Ja. Genau. Dich habe ich erwartet. Komm. Zerreiß. Arschloch. So. Geht doch. Boah. Da war ja mal weinere die Stimme weggeblieben. Irgendem kleinen Penner. So. Jetzt leuchte ich mal hier aus. Bevor, dass ich an die Kiste gehe. Oh mein Gott. Ich drehe hier durch. Ah so. Die Spitzsacke im Arsch. Gut. Ich habe Eisen übersehen. Aber nee. Nehme ich nicht mit. Habe ich noch? Ja. Ich habe eine noch. Eine habe ich noch. So. Fackel. Alter. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das nehme ich noch alles mit. So. Perfekt. Ich kann mich nie lange in so einer Höhle aufhalten. Ich drehe hier immer halb durch. Aber leider nur halb. Aha. Das ist mir immer zu, zu, zu aufregend hier. So. Ja. Mit der Spitzhacke. Da kann man auch immer schön graben. Ich will hier raus. Jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt will ich nicht mehr. Nein. Hier geht es nicht lang. So. Orientierungssinn. Komm. Enttäusche mich nicht. Hier war er. Hier war er. So. Pupp. 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 So. Das fällt auf. Hoffe ich. Bei der nächsten Tour. So. Zurück. Ne. Das ist nicht unbedingt zurück. Zurück. Ha da da. Mein erster Spawner. Mal gucken, ob hier auch ein Multrageselle wieder ist. Alter. So eine Höhle hier. Könnte man sich so ein Zwischenlagerchen bauen. Das war ziemlich am Anfang, aber... Wieso nicht? Man kann sich überall ein Lager bauen, wo man nur lustig ist. Hier muss ich aber auch mal dicht machen. So. 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 Jetzt fülle ich meine Koppelbestände noch ein bisschen auf. Muss ja auch mal sein. Irgendwo muss man ja Koppelstounds mal farmen. Und wieso nicht hier? Da könnte man ja auf Rohstoffe treffen. War ja mal eine Mine. Also umsonst ist ja hier nicht gebuddelt worden. So. Mitgenommen. Komm. Fünf Stück noch. Ach, noch zwei. So. Perfekt. Oder? Hier hätte ich auch noch. Ach egal. Ich gehe hoch. Ich habe keine Lust mehr. Raus aus der Höhle. Sonst werde ich hier noch blöde. So. Jetzt muss ich mich kurz umsetzen. Mir ist der Fuß eingeschlafen. Blöder Fuß. So. Erstmal in die Sonne gestarrt. Zap. So. Wir haben ein paar Errungenschaften. Das ist immer schön. Haha. So. So. Pam. Padam. Shazam. Acht Redstones. Melonsam. Müssen wir auch noch irgendwann mal pflanzen. Aber ich lege dann immer so große Felder an. So. Melonsam. Kürbissam. Häööö. Haben wir doch schon einige. Schienen haben wir einige. Kohle haben wir. Kies haben wir. Jetzt die Errungenschaften von den Viechers lege ich hier rein. Noch irgendwas. Lapis haben wir. Strings. Die Schienen nehme ich raus. Habe ich gleich noch was vor damit. Kann ich schon mal anfangen damit zumindest. Was ich damit vor habe. So. Das war's dann. Hier haben wir noch Golderz. Das könnte ich dann auch mal einschmelzen. Einschmelzen. Dann tue ich das so. Ich bin mal. So. Geh mal richtig mal an den Ofen. Hier haben wir einen Stein. Schön. Oh. Eisen. Eisen. Ich habe Eisen gefunden. Dann packe ich hier mal die Goldscheiße rein. Hier die Eisenscheiße. Und dann bringe ich mal den 64er Stack Eisen weg. Aber natürlich in die richtige Kiste bitte. Einräumen. So. Kohle. Haben wir jetzt auch wieder ein paar Stacks gefunden. hinten. So. Hier habe ich noch... Puh. So. Hier packe ich das... den Feuerstein rein. Und natürlich das Bücherregal. Bücherregal packe ich hier hin. Buch kommt drüber. So. Noch was, was ich... Ich habe hier noch Wolle. Hier habe ich die Wolle gebunkert. So. Habe ich hier noch was, was ich brauchen könnte? Könnte, könnte, könnte. Wo habe ich denn eigentlich den Redstone von der ersten Tour hingepackt? Ich dachte, ich hatte schon mal Redstone gefunden. Komisch. Finde ich nicht. Ah, hier. 14 Stück. Haha. 22. Aber ja, doch ein bisschen was. Okay, dann lege mich heute mal bei... äh... Zwei... Das erste Mal in diese Aufnahme hin. So. Wie lange nehme ich denn schon wieder auf? Eine Dreiviertelstunde könnte das sein. Ist ja eh nur ein bisschen. Da geht noch mehr heute. So. Schienen. So. Ich hoffe, die reichen. Wenn nicht, dann kriegt irgendjemanden aufs Maul. Ich weiß nur noch nicht wer. So. Wir müssen dann unsere Essensvorräte mal wieder aufstocken. Also hier... So und so. Ey, 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 ey. Blöde Spinne. Verpiss dich. So, geht doch. Blub, blub. Jetzt muss ich hier natürlich wieder anpflanzen. So, so. So. So, so. So. Weg. Geht mir hier eine Spinne im Weg um. Was soll der Scheiß? So. Ne, das wird nie im Leben reichen. Von wenn ich hier schon wieder ungenügend rumbau. Da muss ich, glaube ich, nochmal nachbessern. Und nochmal in die Höhle runter. Und ich brauche dann, glaube ich, noch ein paar Booster-Schienen. Sonst wird das nix, so wie ich es vorhabe. Was ist denn das für ein krankes Lied? Ich glaube, ich drücke mal weiter. So, zurück zum Spiel. So. So. Da fehlt uns noch gut ein Stack. So, aber man sieht, wo es hinführen soll. So ein, so ein kleiner, äh, ne, klein.